So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zur Universum. Saison 6, Folge 3. Und die Saison 6 startete Mitte März. Ingenieur. Ähm, ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Immun. Kommt drittsicher. Ah, ja. Im Moment haben unsere Nuggets grad nichts zu essen hier. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Lagerflächen! Na. Endlich. So. Lagerflöschen, die sind wichtig. Finde ich zumindest. So. Na. Passt. Gucken wir mal. 18 Bevölkerung. Das heißt... Okay, Tue. Now that winter is over, we should probably perform a head count to see how many Nuggets survived. So, wie viele haben überlebt? Eine ganze Menge. Na, Mädel. Ah ja, komm. Was are you trying to do? Make it sing a cappella? Ach, du bist schon verkuppelt. Okay. Nein. Nein. Mach mal einfach mal Heilung hier so. Kotz. Gucken wir mal. So bunt alles. So bunt alles. Kollege. Aha. Gut. Komm. Du. Nichts. Nichts und Gourmet. Scheiße. Ist auch nicht optimal. Hier. Können wir erstmal. Können wir erstmal. Nächsten Gourmet reinpacken. Gourmet sollen selber kochen. Essen. Fehlt es noch ein bisschen. Schamanismus wird erforscht. Landwirtschaft. Bauernhof. Kalender... Bestattung. Wir gehen erstmal auf Landwirtschaft. Später dann jagen. So, die Bevölkerung glaubt jetzt noch nicht so extrem an uns. Wir sind zwar noch über der Hälfte. Tempel. Gucken wir mal, hatten wir noch was verpasst? Brunnen. Nein, nein, nein. Da, da, da. Da ist wieder jemand, den wir verkubbeln können. Der kann nix. Hat somit keine großen Schwächen. Und was ist mit dir? Wo war die andere? Da drüben. Gucken. Jawohl. Perfekt. Nichts an Workaholic. Da, 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 da. Ob ich mich an, hier rüber noch tasten soll. Da hätten wir nochmal ein Gewässer für Fischfang. Bauen wir mal ein Brunnen noch hier hin. Lagerfläche haben wir. Lagerfläche haben wir. Das ist auch noch schön in unserem Reparaturbereich. Alles gut. Ich würde sagen, da wir zufrieden sind. Schamanismus. Schamanismus. Jawohl. Ähm. Krankenhaus. Oh, machen wir das mal hin. Da, 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 da. Hospital. Hospital. Tasten wir uns auch weiter in diese Richtung. Wasserreservoir. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Nahrungsmittel noch nicht ganz. Nach dem Friedhof kamen Grasweverei und dann Landwirtschaft. Okay, danach nehmen wir Jagen. Oh Gott. Die hat Durst. Die Gute hat Durst. Wie sieht es eigentlich mit Gesundheit aus? Alles in Ordnung. 23. Das heißt, hier sind doch bestimmt wieder welche, die verkuppelt werden wollen. Oh, sehr schön. Perfekt. So, und für dich haben wir noch niemanden. Oh. Also das ist ja mal... Gerade ist megapärchen geworden. Wenn die zwei ein Haus bauen... Oh, hier ist Post! knochenarbeit wer bist du wer wirst du wieso okay ist so wo wir machen mal kurz pause dass ich hizubu finde hizubu baust du gerade an deinem haus ich muss mal kurz hizubu folgen wo der seine hütte bauen möchte da läuft hier hinter und will holz holen ja und deine hütte ist wo ich würde dir gern helfen telekinese der läuft dahinter okay das ist aber keine hütte hizubu trägt fünf okay du brauchst noch einen stein komm hier pass auf ich werf dir den stein noch so bist du jetzt vereindruckt nein wo ist deine hütte hizubu steinhütte okay ihr braucht steine ach gott so und hier werden auch steine gebraucht so steinhütte ist das eventuell von hizubu die hütte ist das nur gerollt sind das keine steine und hier werden auch steine gebraucht so wenn das jetzt nicht mehr gereicht hat dann weiß ich auch nicht hizubu hizubu wir sind immer noch am friedhof am forschen baustelle abgeschlossen 14 gläubige sehr gut ich glaube es sind auch wieder welche erwachsen geworden mädel 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 und irgendwo ein junge nö gut du hast schwach und du mal schauen was für fähigkeiten hast du knabberer ok knabberer ist ganz ok ist nicht viel und wird 25 14 langsamer hungrig ok so ist das ich dachte knabberer essen auch ein bisschen mehr haben ständig hunger habe ich mich wohl getäuscht der sommer ist da bestattungen gut friedhof den platzieren wir mal hier so hin direkt an wald grasweberei ok essen kommt langsam rein ist jetzt nicht gerade das größte gewässer was wir hier angebohrt haben angebohrt haben soll aber erstmal reichen da 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 steine Ich glaube nicht, dass du das richtig machst. Also viel grösser sollte es echt nicht werden. So, dann können wir uns doch jetzt mal ein bisschen schneller machen. Gucken wir mal. Gibt es neue Verliebte? Nein, noch nicht. Okay, 24 Erwachsene. Ich weiß, es ist ziemlich humorisch, die Nuggets mit einem verletzten Blumenkreator zu sehen. Aber vielleicht ist es Zeit, die letzte Verletzung zu einem Doktor? Oh Gott, du hast dich verletzt. Wartet, wartet, wartet. Ich kann euch heilen. So, aber wir haben trotzdem hier auch ein Krankenhaus. Von daher... Puh, puh, puh. Adahi. Adahi, unser neuer Arzt. 28 neue Bevölkerung. Okay, wir machen mal langsamer. Also jetzt müssen wir doch jemanden verkrubbeln können. Okay, trittsicher und... Ach Gott. Okay, dann nehmen wir trittsicher. Und du bist Knabberer. Du wärst... Ach Gott. Trittsicher und Knabberer. Kollege, du warst der Gourmet. Gourmet. Und... Wo bist du? Oh Gott. Wie weit läufst du denn fort hier? Mädel. Achso, da sind Früchte. Und nichts. Na gut. So, du wirst... Verkuppelt. 30. Was ist es, was du genau hättest, zu sehen? Nichts. Hm. Gourmet. Hi Gott. Hatten wir... Einen Brunnen haben wir hier. Dann machen wir mal noch ein Lagerhaus. An die nächste Ingenieurshütte. Lagerhaus, Ingenieurshütte. Einen Brunnen. Einen Brunnen. So. Fischer. Wird's schon Winter? Nein, noch nicht. Eine Fischerhütte. Einen Brunnen. Bisschen Wasser. Oh Gott. Nicht zu viel wieder gleichzeitig. Äh... Restaurant. Wie weit ist das entfernt? Wird's Haus. Okay, wir machen hier hinten mal noch ein Wirdshaus hin. So. Das muss aber dann auch reichen. Hier erst mal... War ein Brunnen jetzt mit dabei? Ich hab' wieder nicht aufgepasst. Ja. 30 Bevölkerung. Dann beschleunigen wir mal. Da-da-da. Oh. Ähm... Nach Kalender... Kann ich sagen Bekleidung... Brauchen wir Wachtürmer, Flaschenzug... Brunnenkapazität erhöhen. Klingt gut. Schwupps. Nach unten schauen. Da-da-da-da-da-da-da. Wasserproduktion ist leicht... Im Fluss... Nicht so riesig. Und ich seh grad... Wir könnten schon wieder die Folge beenden. Deshalb... Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.